Welcome! Dankeschön! Wem sind wir schon angekommen? Noch nicht ganz. Immer noch ein bisschen auf dem Zugang. Das ist noch die letzte Zeit. Und so, wie war es für Sie als echter Berliner, der dann beim Dauer-Konkurrenten so verschreibt? Auf jeden Fall ich hätte nicht. Hätte man aber nicht besser schreiben können, dass eigentlich dann das erste Spiel direkt in Berlin stattfindet. Es war so nett von ihm, mich hier willkommen zu heißen und eine kleine Führung durch die guten Hallen zu bekommen. Sind Sie überhaupt? Wenn, dann Union. Sind die Fußball interessiert? Schon. Aber Union, die waren das gut. Das mit Charakter. Also mit wirklich ein bisschen Kalismen. Und da schlagt das komplett. Ja, das glaube ich auch. Es zeigt ja, dass im Verein die Basketballabteilung wirklich dann auch einen guten Stellenwert hat, aber auch, wie soll ich das sagen, emotional und einfach auch präsent ist. Alles Gute und wenn irgendwer sitzt, dann lassen Sie uns wissen, wie wir helfen können. Alles Gute, danke.